Musik Der Tisch, der sieht wunderschön aus und der sieht auch super leicht aus, aber der wiegt 100 Tonnen und der muss vor Fenster, denn er hält unser Stativ. Wir müssen hier einfach mal kurz das komplette Hotelzimmer um einrichten, denn wir drehen jetzt ein Video, wir drehen jetzt ein Video. Oh nein, ich habe aber den krassesten Sonnenbrand, natürlich von Disneyland. Leute, cremt euch ein, das ist ganz wichtig. Ich habe halt dummerweise meine Sonnencreme zu Hause vergessen. Ich bin auch ganz Disneyland abgelaufen, um nach einer zu suchen, aber ich habe einfach keine Sonnencreme gefunden, die man da kaufen kann. Es gab eine Million Disney-Produkte, aber leider keine Sonnencreme. Ich hoffe, es geht bald weg. Hier gibt es mega die leckeren Kekse, die haben Gesichter. Das sind glückliche Kekse. Die sind super lecker. Serena ist nur am Essen, wenn sie nicht gerade einen Croissant im Mund hat, hat sie einen Kekse im Mund. Ich habe ja gesagt, ich nehme die Croissant-Socken mit nach Paris. Hier sind sie, der Beweis. Also ich ziehe meine zum Schlafen an. Du siehst an meinem Kleid. Hi, hi, hi aus Paris. Wir drehen heute live aus unserem Hotellzimmer in Paris ein Bier-Fest-Battle. Die Bier-Fest-Battle Paris Edition. Disneyland Edition. Hallo ihr Lieben. Wir haben heute wieder ein neues Video für euch. Wir haben wieder eine 100 Euro Challenge gemacht gegeneinander. Also jeder hat 100 Euro. Und wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht so viel ist. Denn das Disneyland ist teuer. Mit 100 Euro sind wir nicht weit gekommen. Dann haben wir spontan erhöht auf 150 Euro pro Person. Hier sind einfach so viele verschiedene Shops. Ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, wo ich reingehen soll. Oh, ich würde so gerne eine Tasse kaufen. Aber ich habe Angst, dass die im Koffer kaputt geht. Die machen alle Nickerchen. Alle Disney-Figunnen schlafen. Hier. Wie übertrieben sollen deine Ohren sein? Stichy. Sieht einfach nicht so vorteilhaft aus. Es gibt keinen. Ist aber auch der richtig süße. Pullis. Delicious giant cookie Disneyland Paris. I need it. Das ist auch voll cute. Lachen. Keine Sorge, ich gewillne jetzt mit. Ich habe schon mal Popcorn. Die sind ja schon fast leer. Ich hätte sie auch locker leereisen können, aber ich wollte für euch ein paar aufbehalten. Popcorn. Es gab süße und salzig. Und ich habe mich für süße entschieden. Dieser Kübel mit Popcorn. Das waren echt nicht so viele Popcorn. Hat 10 Euro gekostet. Hä, aber dieser Kübel ist ein Life Changer. Den kann man sich einfach umhängen. Und dann kann man einfach immer, wo man ist und was man will, essen im Gehen. Da kann man alles einfüllen. Da kann Pommes einfüllen. Da kann man Chips einfüllen. Man kann einfach so durch die Gegend laufen und einfach essen. Cool Flix. Alles was man will. Das ist so eine tragbare Jausenbox eigentlich. Es gab so viele verschiedene Läden im Disneyland und die sahen alle wunderschön von außen aus. Eigentlich hätten wir auch locker mehr als eine Stunde shoppen können. Ihr müsst wie immer unbedingt bis zum Schluss dranbleiben, wie bei jedem BF-Battle. Denn ihr müsst am Ende abstimmen, wer die cooleren Sachen gekauft hat. Wenn ihr also meinen Haul für 100 Euro besser valtet, gernchen, klein gedruckt, 150 Euro. Dann schreibt am Ende Hashtag Team Vicky in die Kommentare. Oder für meine super coole Ausbeute Hashtag Team Sarina ab in die Kommentare. Und unbedingt bis zum Ende gucken. Das ist einfach mein Gewinne-Item. Das ist eine Seifenblasenmaschine. Erstens, es kann leuchten. Zweiten, Seifenblasen produzieren. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, hier drinnen zu machen. Okay, fahre jetzt auf. Hallo. Liebe Grüße an jeden, der jetzt ein Seifenblas von uns findet. Viel Spaß. Magie, ich verteile Magie. Upsi. Und schon bin ich, sind wir wieder zu Hause. Der Akku wurde leer im Hotel. Könntest du nicht sagen, wir können beamen oder so? Wir können es ja als cooler darstellen, als es war. Stimmt. Wir haben uns nach Hause gebeamt. Ihr seht schon, unsere nächsten Dinger, die wir gekauft haben. Straight out of Disneyland. Schön, dass ihr mich als Prinzessin aufnehmen könnt. Was sagt ihr? Ich denke, fast niemand kann vom Disneyland nach Hause gehen, ohne sich diese super cuten Ohren zu kaufen. Trabia. Ich habe übrigens noch eine kleine Fun-Fact-Story. Wir sind natürlich nicht gebeamt, sondern ganz normal mit dem Flugzeug nach Hause geflogen. Ich hatte so kleine Troubles, wie ich meine coole Seifenblasenmaschine einpacke. Habe sie dann in Klamotten eingewickelt, weil ich Angst hätte, dass sie auslaufen. Und ja, sie sind nicht ausgelaufen, nö. Der Schalter ging an und die hat sich von selbst einfach alle Seifenblasen rausgepustet in meinem Koffer. Die war am Ende leer und die Batterie war auch leer. Die hat da drinnen eine Party gemacht in meinem Koffer. Leider sind die Seifenblasen nicht aus dem Koffer rausgekommen. Das wäre toll gewesen. Ich habe mir eine Jacke gekauft. Da steht Micky und hinten ist Micky drauf. Und die ist XL, weil die war so One-Size. Und das finde ich ganz cool, so zum Drüberziehen. Die ist Größe L und nicht One-Size. Ich mag es gern Oversized. Oh, ich bin ein bisschen traurig. Das wollte ich doch geheim halten. Guckt mal, hier ist ein riesiger Fleck von Micky Seifenblasenmaschine. Das bekommen wir noch raus. Ich hoffe, der Fleck geht wieder weg. Oh nein, sonst müssen wir einfach wieder ins Disneyland. Ich muss dir eine neue kaufen. Tada! Ist das nicht cool? Willst du mal raten, was das kostet hat? 70 Euro. Aber ich weiß nicht, wo das steht. Es hat weniger gekostet. Okay, bitte gerne für die Auskunft machen wir so weiter. Es gab so ganz viele Stitch-Gummisachen. Gesundheit. Nein, du brauchst das nicht. Nein, Gummibärchen sind noch alles viel günstiger. Ja, ich habe sie trotzdem gekauft. Oh, 4 Euro. So ist es im Disneyland. Und deswegen bekommst du eines und dann nie wieder was. Oh, aber ich lache es. Ich nehme Cola. Guten Appetit. Und, schmeckt das als 4 Euro wert? Nein, schmeckt aber schon gut. Na, dann zeig mal, was du noch so gefunden hast. Das hier. Das ist eine Handcreme. Oh, wie süß. Ungefähr die süßste Handcreme dieser ganzen weiten Welt. Die ist ganz fest. Hand, Butter. Ja, es fühlt sich auch an wie Butter. Ich habe noch einen Insider-Tipp für euch, wenn ihr mal in Frankreich seid. Bestell kein normales Croissant, sondern Pen au Chocolat avec Mandeln. Almond. Almond. Oder Croissant. Oh, Almond. So lecker. Ich habe nämlich auch so etwas Ähnliches. Was ist das? Das ist von der bösen Hexe von Schneewittchen. Äh, wie heißt die denn? Evil Queen. Aber hat die keinen anderen Namen noch? Es ist eine Badebombe. Der Geruch ist Apfel. Giftiger Apfel. Natürlich ist das dann die von Schneewittchen. Wie funktioniert das? Das ist so ein Töpfchen und das ist oben ja noch verschlossen. Aha. Ich muss wahrscheinlich das ganze Töpfchen in die Badewanne werfen. Ich freue mich schon darauf, das auszutesten. Und da ich natürlich jetzt nicht sofort ein Bad nehmen will, sondern mir das aufheben will. Das hat doch 7 Euro oder so gekostet. Ich hebe es mir für den perfekten Tag auf. Aber, damit ihr wisst, ob das cool oder nicht cool war, werde ich es euch auf Instagram zeigen. Versprochen. Und auf Instagram heiße ich VictoriaVS. Ich freue mich, wenn ihr mich da abonnieren würdet. Danke. Aber ein bisschen Kopfweh kriege ich von diesen Mini-Mausohren schon. Ich habe noch ein paar Mini-Mausohren. Als Geschenk habe ich die gekauft. Sie werden direkt nach dem Video verschenkt. Du bist ja großzügig. Du kaufst mit deinen 100 Euro, die sowieso nicht mehr ausreichen, 150. Noch ein Geschenk. Welche gefallen euch am besten? Bitte einmal in die Kommentare schreiben. 1, 2, oder? 3, 1, 2, 3. Sarina nervt jeden schon nur noch mit Französisch. Die redet zur Zeit nur noch Französisch. Sie sind schon drei Französisch-Apps runtergeladen. Er hat noch nicht so viel geholfen. Et comment allez-vous? Was heißt du? Pasta! Die kauft sich italienische Pasta im Französischen Disneyland. Das ist einfach Disney-Pasta. Goofy. Hier ist Mini-Maus. Das ist Donald Duck. Dagobert Duck. Daisy Duck. Mickey Pasta ist serviert. Ich hoffe, es schmeckt auch gut. Ich habe den süßesten Bleistift der Welt gefunden. Nein, Lüge. Ich habe den süßesten Bleistift der Welt gefunden. Wir haben einfach den gleichen und zwei unterschiedlichen Farben. Ich konnte mich eh nicht entscheiden, welche ich nicht nehme. Meiner ist schon noch süßer. Hä, bei meiner kommt die Schleife besser zur Geltung. Es war auch der teuerste Bleistift der Welt. 6 Euro. 5,99 Euro. Und ich frage mich sowieso, wie man damit radieren soll. Da muss man einfach das Blatt hier so reinschieben und so kann man dann radieren. Wir verny. Können wir es in Deutsch weitermachen, danke. Wir haben noch mehr Geschenke gekauft. Und du? Das. Und ich das. Ein Schleifeanhänger. Mit Marie. Von Aristocats. Hast du auch ein Geschenk für mich? Meinst du das ernst? Das ist für meine Mama, weil die liebt Katzen ganz schön sehr. Aber ich mag Marie auch. Du Angeberin, ich habe auch Geschenke gekauft. Marker. Neon Marker. Sorry für die Unterbrechung. Ich tue es schon weg. Und als Erinnerung, als hätte ich nicht schon genug Souvenirs gekauft, ein Magnet. Disneyland Paris. Denn aus jeder Stadt, wo ich war, möchte ich gerne einen Magneten haben. Mir fehlt aber noch Köln. Und ich weiß nicht, wann ich da wieder hinkomme und einen kaufen kann. Und bald hast du auch aus jedem Disneyland, in dem du warst, einen Magneten. Und ich habe extra eingenommen, wo Disneyland und Paris drauf ist, damit ich nur einen kaufen kann. Läppchen. Du hast zwar gerade 150 Jahre in Disneyland liegen gelassen, aber hey, sie musste sich nur einen Magneten gönnen. Das Essen hat ungefähr genauso viel nochmal gekostet. Oh, aber das Essen war lecker. Alles gegessen, was so Mickey Mouse Form hatte und es hat sich so gelohnt. Eine einzige Sache haben wir nicht mehr geschafft, weil irgendwann war uns noch schlecht. Das Mickey Mouse Eis, das haben wir nicht gegessen. Wir müssen nochmal hin. Guckt auf Vickys Instagram vorbei, da seht ihr ein Reel dazu, wo ihr alles seht, was wir gegessen haben. Ich habe auch noch ein T-Shirt gefunden. Ganz verzaubert, ich konnte mich gar nicht entscheiden. Da waren überall Sachen mit Essen drauf. Und es wurde das hier. Das ist halt einfach mit so einem Popcorn-Eimer. Der Aufdruck hat mir gefallen. Und es ist es. Ich finde den Aufdruck super cute. Ist hinten eigentlich auch was drauf? Nö. Reißpferdchen. Jetzt habe ich Hunger auf Popcorn. Du könntest auch Popcorn-Dose gleichzeitig tragen. Genau so werde ich dann sitzen und einen Disney-Film gucken. Mit den Ohren, mit der Dose, mit dem T-Shirt. Krüß, der Fan. Oh, die duftet sogar noch auf Popcorn. Obwohl sie schon leer ist. Ein bisschen riecht auch noch Plastik. Das Scheiß hat übrigens 23 Euro gekostet. Ein Lolli mit dem Baby Simba. Welche Geschmacksrichtung? Tutti Frutti. Also ich finde mein Französisch ist vorzüglich. Quatre Euro. Vier Euro. Quatre Euro. Das ist kaputt. Nö. Doch. Du lügst. Nein, doch. Was fehlt da? Irgendwas zum Aufhängen. Hä? Du hast es zerstört. Ich war nämlich in diesem Weihnachtsgeschäft. Erst dachte ich, die haben die Weihnachtsdeko vergessen abzuräumen. Aber das war extra so. Wir dachten gerade eben, hier hat jemand die Weihnachtsdeko vergessen. Aber hier drin ist einfach noch Weihnachten. Guckt mal. Hier gibt es ganz viele Weihnachts-Business-Sachen. Weihnachtskugeln. Oh, wie süß. Denn verkaufen da drin Disney-Weihnachtskugeln. Die super teuer waren und aus Glas. Das war mir ein bisschen zu gefährlich. Es hat auch einmal gechappert. Das ist eine Kugel runtergefallen. Oh, ein Weihnachtsbaum-Stitch. Ich war es nicht. Ich auch nicht. Aber dann habe ich den hier entdeckt. Das ist so ein Disney-Micky-Mouse-Teddy-Beer-Lebkuchen-Männchen. Das kann nicht zerbrechen. Obwohl, jetzt ist da doch irgendwas kaputt gegangen dran. Ich werde ihn einfach reparieren. Und er wird nächstes Jahr... Dieses Jahr? ...auf meinem Weihnachtsbaum hängen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ihr Hashtag Team-Wicky die Comics schreiben könnt. Weil ich hatte die Seifenblasenmaschine und die ist eindeutig am coolsten. Könntet ihr bitte Hashtag Team-Sarina schreiben? Danke an jeden, der bis hierhin dran geblieben ist. Danke an jeden, der uns abonniert hat. Danke an jeden, der einen Kommentar schreibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schreibt, ob ihr schon mal im Disneyland wart.